Nein, das ist nicht das hundertste Video, in dem die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation im Grundsatz erklärt werden. Sondern in diesem Video geht es um die enormen Reibungsverluste, die auftreten, wenn Aufbauorganisation und Ablauforganisation nicht zusammenpassen. Und das kommt leider in sehr vielen Unternehmen vor. Und wie man dieses Problem Stück für Stück lösen kann und welche massiven Vorteile das mit sich bringt, da schauen wir uns das mal genauer an. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Aufbauorganisation und Ablauforganisation, also das Organigramm und die Prozesslandkarte müssen zusammenpassen, so meine These. Aber was meine ich jetzt damit? Die Aufbauorganisation regelt, wer wem was zu sagen hat. Das Organigramm als Darstellung ist also die Abbildung der Hierarchie in einem Unternehmen, in einer Behörde, kurz in einer Organisation. Die Regelung, wer wem was zu sagen hat, die Hierarchie in einer Organisation ist so alt wie die Menschheit. Waren es in archaischen Zeiten die Stammesältesten, sind es heute Vorstände und Geschäftsführer, die an der Spitze der Pyramide stehen. Hierarchie ist viele tausend Jahre älter als die Frage, wie man die Folge von Tätigkeiten und Aufgaben bestmöglich organisiert. Hierarchie ist also ein wesentlich älteres Konzept als Prozesse. Und daher haben auch die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen eine klare Vorstellung darüber, wer der Chef ist und wer der Mitarbeiter ist. Bedeutend weniger Unternehmen haben aber eine klare Vorstellung darüber, wie man seine Prozesse in den Griff bekommt. Und dabei wäre bei einer rationalen Betrachtung folgende Reihenfolge eigentlich logisch und richtig. Zuerst kommt das große Unternehmensziel, die Vision, wo will ich hin, der Nordstern. Um das zu erreichen, muss ich Prozesse organisieren, die aufgrund ihrer Komplexität durchaus mehrere Unter- und Teilprozesse haben können. Anschließend überlege ich mir, welche Mitarbeiter mit welchen Fähigkeiten diese Tätigkeiten ausführen können und wollen. Also zusammengefasst, die Aufbauorganisation, das Organigramm, folgt der Ablauforganisation, also der Prozesslandkönne. Und die Ablauforganisation folgt der Unternehmensstrategie. Und damit, die Aufbauorganisation ist erst an dritter Stelle der Dinge, die man klären muss. Die dritte Stelle, nicht die erste Stelle. Die Dominanz der Aufbauorganisation ergibt sich aber noch aus einem weiteren historisch gewachsenen Grund. Seit dem 19. Jahrhundert und ganz verstärkt im frühen 20. Jahrhundert zur Zeit Taylors, hat sich die Kostenrechnung in der Betriebswirtschaft etabliert. Der Dreiklang aus Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern. Wir wissen ja, Betriebsabrechnungsbogen und dieses ganze furchtbare Zeug. Und gerade die Kostenstellen fokussieren sich fast immer auf Abteilungen und deutlich seltener auf Prozesse. Die Kostenstellen und die Abteilungen bekommen Budgets, selten bekommen die Prozesse die Budgets. Und damit haben natürlich auch die Leiter der Kostenstellen und der Abteilungen, also die Linienvorgesetzten, die Macht und die Kontrolle über die Budgets. Und das ist der Status und der Einfluss, gegen den ein Prozessverantwortlicher, wenn er das nicht zusammenpasst, eben niemals im Leben ankommt, wenn es zu Zielkonflikten kommt. Und der Linienanverantwortliche nicht gleichzeitig der Prozessverantwortliche ist. Wenn also Organigramm und Prozesslandkarte unterschiedlich zugeschnitten sind, dann ist der Prozessverantwortliche immer der Loser im Spiel um Macht, Status und Einfluss. Abteilungen in Organigrammen zementieren außerdem das Ziel und Denken. Wir im Einkauf und die in der Logistik. Wir im Vertrieb und die in der Produktion. Das habe ich leider viel zu oft gehört in allen möglichen Unternehmen in allen Größen. Lassen Sie es uns bildlich betrachten. Hier habe ich jetzt mal ein ganz typisches Organigramm. Da gibt es Abteilungen, also oben die Unternehmensleitung und dann unten in der Abteilungen eben Marketing und Vertrieb, Einkauf, Logistik, Produktion, IT, Buchhaltung. Schauen Sie mal, so sieht es sicherlich in ganz vielen Unternehmen aus, vielleicht sogar in Ihrem Unternehmen. Jetzt gibt es die Abteilungsleiter für die jeweiligen Kästchen. Die werden dafür bezahlt, dass die Budgets eingehalten werden und am Ende des Tages irgendwie Gewinn erwirtschaftet wird. Und ich betone jetzt irgendwie, denn einen messbaren Output können Sie im Organigramm nur wirklich schlecht darstellen. Auch die Zusammenarbeit ist schwierig. Vielleicht beklagen sich ja die Mitarbeiter im Vertrieb, dass die falsche Zielgruppe vom Marketing angesprochen wird und die Anfragen, die da reinkommen, eigentlich nicht wirklich gut passen. Oder die Produktion beschwert sich, dass die Leistungen vom Vertrieb zugesagt wurden, die sie nicht oder nur mit allergrößtem Aufwand irgendwie zu erfüllen sind. Verkaufen nahe an der Wahnsinnsgrenze. Außerdem ist es ja auch nicht das Problem des Einkaufs, dass gerade das Lager wegen Überfüllung geschlossen ist. Die Schrauben waren halt deutlich günstiger, wenn man davon gleich einen Sattelzug voll bestellt. Jetzt schauen wir uns dazu mal im Vergleich eine Prozesslandkarte an. Da gibt es jetzt den Prozess Markt bearbeiten. Den Prozess Leistungen und Vorprodukte bereitstellen, den Prozess IT bereitstellen, den Prozess Auftrag abwickeln und den Prozess Rechnungswesen und Finanzen managen. Und nach den Prozessen gibt es Outputs. Zum Beispiel Aufträge, verfügbare Leistungen, abgeschlossener Auftrag oder verfügbare Finanzmittel. Jetzt schauen wir uns mal den Prozess Markt bearbeiten ein bisschen genauer an. Am Ende des Tages müssen Aufträge herauspurzeln. Aber dazwischen gibt es ja noch Teilprozesse. Zum Beispiel den Teilprozess Sichtbarkeit herstellen, der Auftrag, der Anfragen generiert, dann Angebot erstellen mit versendeten Angeboten und am Ende Auftrag akquirieren mit unterschriebenen Aufträgen. Der Prozessverantwortliche für Markt bearbeiten muss also seine Budgets so geschickt einteilen, dass das Endprodukt unterschriebener Auftrag maximiert wird. Und das klappt nur, wenn auch die Zwischenprodukte wie Anfragen und Angebote bestmöglich produziert werden. Also sprich, dass eben zusammenpasst. Wie das geschieht, ist dann der Kreativität, der Erfahrung und dem Können des Prozessverantwortlichen zu überlassen. Es gibt jetzt dann keine Silos, denn wir erkennen viel leichter und eher, ob es schon bei den Zwischenprodukten fehlhaft ist. Es ist letztendlich in der Verantwortung eines Prozessverantwortlichen zu sagen, ich mache eine Marketingkampagne mit einem externen Dienstleister, mit einer Agentur, oder aber ich nehme das Budget, was ich dafür ausgegeben hätte, spendiere es nicht an Externe, sondern ich hole mir einen kreativen Kopf zum Beispiel in die Firma, der eben für mich diese entsprechenden Kampagnen alle macht. Diese Möglichkeiten muss er letztendlich haben. Natürlich lässt sich auch mit einer Prozesslandkarte eine Hierarchie abbilden, aber die orientiert sich eben an den Prozessen und an den Teilprozessen. Der Prozessverantwortliche von Markt bearbeiten hat unter sich zwei Teamleiter. Einer verantwortet vielleicht Sichtbarkeit herstellen, also das ist ein Marketingteil, und einer verantwortet vielleicht Angebot erstellen und Auftrag akquirieren, also diesen Vertriebsteil. Weil üblicherweise die gleichen Personen, die die Angebote erstellen, natürlich auch nachfassen und verhandeln. Also, auch eine Hierarchie lässt sich über eine Prozesslandkarte mit Verantwortlichen, die diese auch tatsächlich haben und leben dürfen und nicht nur auf dem Papier steht, einfach abbilden. Auch Budgets und ein modernes Controlling lassen sich mit Prozesslandkarten gut integrieren. Übrigens, alles über die Rolle des Prozessverantwortlichen finden Sie auch hier in diesem Video. Da habe ich nochmal alle Rechten und Pflichten von einem Prozessverantwortlichen genau erklärt. Aus meiner Sicht braucht es kein Organigramm mehr für eine moderne Unternehmensführung. Schaffen Sie es ab? Aber wie schafft man jetzt die Transformation von der klassischen Aufbaustruktur zu einem prozessorientierten Unternehmen? Indem Sie die Rahmenbedingungen ändern. Prozesse, Teilprozesse und Aktivitäten haben in der Modellierung eine hierarchische Struktur. Das kann man ja auch übernehmen. Auch kann man den Prozessen Sachmittel und Budgets zuweisen. Aber der Erfolg misst sich eben in der Erreichung der Prozessziele. Und damit können Sie Ihr klassisches Organigramm umbauen und deckungsgleich mit der Prozesslandkarte bekommen. Und die oberste Prozesslandkarte repräsentiert damit auch die Verantwortung der obersten Leitungsebene. Und das ist eben die Geschäftsführung selbst und nicht die nächste Führungsebene. Sie brauchen also auf der Ebene 1 Prozesslandkarte tatsächlich das Portfolio Ihrer Geschäftsführer. Schreiben Sie die Stellen der Prozessverantwortlichen aus und kommunizieren Sie, dass mittelfristig die alten Abteilungen und das Organigramm abgeschafft werden. Und damit wird auch völlig klar, dass die Struktur der Aufbauorganisation dem Prozess folgt und nicht der Ansammlung von Menschen mit gleichen Tätigkeiten oder gleichen Berufsausbildungen. Sie brauchen also eine Prozesslandkarte, Prozessziele und Prozessverantwortliche. Sie müssen die Sachmittel den Prozessen zuordnen und nicht den funktionalen Abteilungen. Und bei kleineren Unternehmen, sagen Sie mal so 10 Mitarbeitergröße, sollten Sie die Entwicklung gleich in Richtung Prozesslandkarte und Prozessorganisation steuern und gar nicht erst mit einem Organigramm beginnen. Die Zeiten haben sich geändert. Es geht eben nicht mehr um die Verwaltung und Auslastung von Mitarbeiterressourcen oder Kumankapital, sondern es geht um die Erfüllung von Kundenwünschen und die Schaffung von Wert, für den der Kunde auch bereit ist zu bezahlen. Und das erreichen Sie eben nur mit gesteuerten und kontinuierlich verbesserten Prozessen, die sich am Kundenwunsch ausrichten. Die Probleme, die sich aus einer klassisch funktionalen Aufbauorganisation ergeben, lassen sich nicht wirklich reparieren, sondern nur durch einen kompletten Umbau zur prozessorientierten Unternehmensführung dauerhaft lösen. Und das ist eine relativ große Aufgabe, sozusagen in größeren Fingern eine gewaltige Aufgabe, aber mit den richtigen Partnern an Ihrer Seite bekommen Sie das hin. Machen Sie Ihre Prozesslandkarte gleichzeitig zu Ihrem Organigramm und steuern Sie über die Prozessleistung und nicht mehr über die Budgets und die Hierarchie. So entwickeln Sie Unternehmen aus der Methodik des frühen 20. Jahrhunderts und machen es wirklich fit für die Zukunft. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder Heute